Moin moin! Im heutigen Video seht ihr, wie mein Team und ich das 35.000 Dollar Twitch Rivals Minecraft Turnier gewonnen haben. Vorab ganz kurz, wie das Turnier aufgebaut ist. Es gibt zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B. Wir wandeln Gruppe A. In den Gruppen spielt man ein 5 vs. 5 Gruppen-Deathmatch. Man muss halt gegen jeden in der Gruppe spielen und die beiden Teams, die die meisten Siege geholt haben, kommen dann halt ins Halbfinale. Beim Halbfinale muss man dann halt gegen den ersten oder gegen den zweiten von der jeweiligen anderen Gruppe spielen. Und da auch wieder 5 vs. 5 Deathmatch. Und wenn man das gewinnt, dann kommt man ins Finale. Und wenn man das gewinnt, dann hat man das ganze Turnier gewonnen. Dazu muss man noch sagen, dass es vier Kids gab. Den Pyraman, den Archer, den Swordfighter und den Healer. Diese vier Kids wurden pro Runde stärker. Bedeutet, in der ersten Runde waren die Kids halt noch relativ schwach. Und in der letzten Runde waren die halt overpowered AF. Aber auch die Rüstung wurde halt besser natürlich. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich sag mal so, das ist ja ein richtig Customized Mode, wo man auch ohne 24-7 PvP-Training vielleicht ein bisschen was machen kann. Guten Abend, meine Damen und Herren. Haben wir einen Healer? Also ich würde sagen, drei Archer und zwei Healer. Echt? Kein Nahkampf? Wir fighten gegen... ist ein Free-Win. Oder? Ja. Also ich nehme Healer, glaube ich, oder? Ja, ich nehme Archer. Dann was nimmst du? Zwei Archer, zwei Healer, Swordman. Wo könnt ihr wählen? Wo könnt ihr wählen? Gleich. Alles gut. Das kommt noch. Alles gut. Okay, okay. Ich bin Healer. Genau, und ihr müsst auch immer... Ja, ich schau, wenn wir droppen können. Können wir droppen? Wir können nicht droppen. Maybe durch den Meta? Geht nicht. Man kann nicht droppen. Alles klar. Warte mal, Healer-Head. Okay, die Skins werden... Nicht so weit vor, nicht so weit vor, nicht so weit vor. Okay, okay, steht... Also ich würde sagen, ihr zwei bleibt hinten, aber ihr bleibt hinter uns, okay? Hinter uns. Wenn jemand gehealt werden muss, muss er sagen, wer... Lass uns zusammenbleiben, okay? Lass rechts. Hugo kommt zurück, Hugo kommt zurück, Hugo kommt zurück, Hugo kommt zurück, Hugo kommt zurück. Wollen wir ein bisschen pushen? So von der Seite? Reckt man, also wie normal? Man reckt, glaube ich, nicht. Von der Seite? Soll ich mir Hande... Soll ich mir Hande... Halt einfach rein, ist allein, ist allein, ist allein. Links, 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 links. Geh mal rein. Oh, fuck der, ja, so viel Schaden. Oh, shit. Warte, ich hab den, ich hab den. Und wir gehen rein, oder? Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Man sieht, wer wie viel Leben hat. Ich hab' ihn gehealt. Wobei? Man sieht, wer wie viel Leben hat. Wichtige, du musst sagen, wer du gehealt werden musst. Ich brauche nicht, die nochmal vier auf einmal. Es ist drei gegen drei. Okay, Predi ist gut, Predi kann es gut ausspielen. Geh zurück und nicht so rein, I guess. Ich hab nur ein Holzschwert halt, ne? Hier, erstmal, hier, erstmal. Wir sagen erstmal Backup, oder? Weil die sind genauso für... Die können hier noch holen, können hier noch holen. Die können hier holen. Achso, nur noch die beiden leben? Oh, mein. Nein, nein, mit Predi auch. Ja, aber ich will sich jetzt... Wo bist du, Tim? Tim, wo bist du, Tim? Warte, kannst du mich hier... Okay, jetzt kann man sehen. Du hast einen Cooldown, ne? Das war fucking bad, wirklich. Zu sehr gepusht, auch. Pass auf, pass auf. Geh, warte, geh weg, geh weg. Sehr gut. Okay, ey, ey, der Sparky, Predi heal irgendwie. Und, 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 Spam, 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 Spam. Bo Spam, Predi, ist gut dran. Ich hab keine Pfeile, keine Pfeile. Oh, mein Gott. Sparky rein. Ah, fuck, Pfeile. Ja, kann ich vergessen. Okay, nein, rein, 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 rein. Heel ich jetzt, heel ich jetzt. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Also, es ist schwierig, aber ich hab nochmal geheilt gekriegt. Predi, siehst du noch Chancen, oder? Ich hab ein halbes, ne? Ja, fuck, mein Ring in den Ring kann man nicht. Oh, Achtung. Okay, Jungs, okay. Aber übrigens, wir sind jetzt für die Kiste. Wir brauchen mehr Sword, wir brauchen mehr Sword. Lass zusammenbleiben, wirklich, immer zusammenbleiben. Wir müssen immer besser kommunizieren, ne? Weil, seid ihr da? Predi, Predi, du hast sie hier bekommen. Ist allein. Danke. Kein Kappel hier. Der ist low, der ist low. Den haben wir, haben wir. Jetzt da weit, hab ihn. Nice. Haben wir, haben wir. Warte. Haben wir, nice, sehr nice. Es leben nur noch zwei Leute von denen. Kommt jetzt. Es lebt da noch einen. Geht direkt noch besser. Du warst auf drei Herzen, Mann. Sag doch was. Okay, okay, so find ich's so gut. Ja, ich würd nochmal machen, so, okay? Ich würd nochmal so machen, okay? Ich bin wieder hier, da, ja. 1-1. Wichtiger, hast du hier bekommen? Danke, Mann. Hugo ist allein, Hugo ist allein. Ja, fuck. Nicht allein reinrennen. Okay, never mind. Okay, das ist jetzt schon wieder schlecht. Geht all in, all in. Ja, kann man bekommen, Digga. Komm miteinander hier. Okay, schon. Fuck, 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 fuck. Ich bin tot. Also, die Sache ist halt, wir werden immer früher auf keinen Fall alleine reinrennen. Ja, gut geworden. Ja, wir werden vor allem alleine reinrennen. Ja, wir werden vor allem, das ist übelst kacke. So, wir können das easy, wir können easy bumsen. So. Ich kann wieder heilen, ich kann wieder heilen. Achtung. Besser und besser und besser und. Lai, Lai, Lai ist tot, Lai ist tot. Achtung, rennen, Mike, Mike, Mike. Wichtiger, ob du viel? Ja, ich kann nicht rennen. Danke, danke, danke. Muss geben. Achtung, Jungs, Achtung, Jungs. Oh, fuck. Ich bin aus dem Ruder gefallen, scheiße. Weiß, Mike, komm bitte, bitte, bitte. Renn weiter, renn weiter, renn nicht da rein. Das ist wichtig, holt dich. Wichtig, was? 10 Sekunden, 10 Sekunden. 10 Sekunden, 10 Sekunden, 10 Sekunden. Wie seid ihr? Nein. Hugo, komm bitte, nicht. Hugo, wo seid ihr denn? Ich, Hugo, Hugo. Lässt du mal, hast du sie genommen, jetzt nimmt sie dich. Hugo, hier, Tim. Danke. Oh mein Gott, Jungs. Okay, okay. Fuck. Was ist es jetzt? 2-2? 2-2? Ja. Ja. Oh mein fucking Gott, Alter. Soll ich wieder Filesback nehmen? Ja, oder? Wir haben nur 7,5 Minuten. Ja, wenn wir mehr Damage machen, ist alles gut. Ja. Also wir müssen viele Pfeile treffen dann. Ja, Freddy, spamm nicht so viele, okay? Ja, ich mach ne. Mach wirklich nur Save. Ich weiß, dass du eh machst, Freddy. Bitte, es trifft nur die du treffen kannst. Shit. Ja, okay. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Die designen, die designen. Nicht pregame'n, Hugo. Nicht die pregame'. Der ist alleine, Jungs. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Lass auf den einen, der oben ist auch einer. Da oben ist einer. Oben ist der Feiertyp, oben ist der Feiertyp, oben ist der Feiertyp. Okay, warte mal. Spark heal, äh, heal Spark, heal Spark, heal Spark. Ja. Die kommen noch nicht, die kommen, die kommen, die kommen. 4 zu 3. Pass auf. Keine schlechten. Ich kann noch nicht healen. Okay, passt auf, passt auf. Wir haben gewonnen. Äh, da sind zwei tot. Hier bei uns ist einer tot. Und wir haben nicht viel zu sagen, get it. Time ist vorbei. Wir haben Meshare angemacht. Gewonnen. 8 Sekunden, die kommen, die kommen, die kommen. Hugo ist heal. Alle heal. Mach die Peak da unten weg. Die kommen grad. Wiegt ein bisschen. Predi, mach gut, bitte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schöner Hit, schöner Hit, schöner Hit. Achtung, voll rechts. Predi, ja. Let's go. Let's go. Yes. Oh mein Gott. Ich sag doch Winner POV hier im Stream. Oh, Junge. Ich nehm mir nie meine Schnauze so voll und sag free win, Junge. Nie wieder. Ich sag, oh, okay. Hä, warum spielen wir gegen die? Nicht mehr, oder? Hä, warum spielen wir gegen die? Ja, wo? Hey, die haben wir verloren. Oh, Junge. Oh, hier im Flame, hier im Flame. Richtig, pass auf, pass auf. Ich mach andere. Hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Hab ihn. Predi, hab dich, hab dich geholt. Äh, doch nicht. Predi, überlebt kurz, überlebt kurz, Predi. Oh, heilung. Zwei Sekunden, Predi. Zwei Sekunden, Predi. Dann hast du Heilung. Okay, nice. Hast Heilung, Predi? Okay, fünf, bringe eins, vier, bringe eins. Das ist gut. Er ist so, 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 er ist so. Der ist so, er ist so gut. Geht, hallo, 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 hallo. Hab ihn. Und jetzt? Wichtiger, hast du hier? Ich tank dich, ich tank dich. Danke, danke. Wichtiger, hier in dem Trank, nimm doch Trank. Gib, gib zu anderen, gib zu anderen. Ist ein Fliegel, ist ein Fliegel. Hier, bei Nix. Danke. Hinten. Ab ihm. Nice. Nice. Oh Gott. Und Marke, genauso. Jetzt ist krank. Okay, so funktioniert es, so fängt es gut. Ich muss euch nur unter Kontrolle haben, wie ihr was macht. Dann kann ich halt im Voraus schon gucken, wie ich euch heal und sowas. Predi, ah, die kommen von hinten, die kommen von hinten, Predi. Von hinten, die kommen runter, gehen zurück zu unserem Team. Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche kurz Hilfe. Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich kann mich halt nicht selber heal, ist das Ding, ne? Predi, hast du Heal? Ja, haben wir. Sehr gut, sehr schön, Jungs, sehr schön, Jungs. 3-0. 3-0. Hey, chill, chill, zusammenbleiben, äh, chill, 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 chill. Oh mein Gott, wir sind wieder gesplittert, zusammenbleiben. Sollen wir blizzern, wollen wir blizzern? Gehen, jetzt unten, wir sind unten. Nein, nein, nein. Gehen, Farbe, gehen, hier, 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 hier. Könnt ihr uns hinter uns? Nein, Leistung ist es hier. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Haben wir. Fargo, Flame, Fargo, Flame. Ja, Fargo? Äh, links, äh. Sehr gut, sehr gut. Fargo? Ich kann auch nicht hielen, ich kann auch nicht hielen. Alles gut, wir sind gut, wir sind voll. Hat das geilen? Sehr gut. Das war gut, das war gut. Unten links ist jemand. Ich hab noch einen. Hast du noch einen? Aber haben sie Predi, wir brauchen den. Predi, du hast ihn. So viel mehr Damage gemacht. Jaja. Stark. Warte, wer, 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 wer? Ich hab noch einen. Auf Stegi. Auf Stegi, auf Stegi. Auf Kleinen. Let's go. Sehr gut. Sehr gut. Let's go. 3-0. Let's go. Oh mein Gott. Ist so gut gemacht, ist gut gemacht. Oh mein Gott. Kars, Kars, Kars ist da, Kars ist da, hab ihn runtergekickt. Der Weg, hab ihn runtergekickt. Der Weg, hab ihn runtergekickt. Der Weg, hab ihn runtergekickt. Wir haben gewonnen. Wenn du jetzt auf der Weg. Winnie's blow anscheinend. Achtung, Winnie. Ich sag mich raus, aber... Was? Aber auch gut, jetzt ist es möglich. Einen noch, einen noch. Nein! Let's go. Okay. Okay, das... Wieder so machen, wieder so machen. Redi... Kars ist low, Kars ist low. Kars ist low, Kars ist low. Hab einen. Winnie. Hab Winnie. Ein Herz. Ich auch hier. Mach, mach, mach. Bin auf halben, bin auf halben. Danke, danke. Ja, okay. Okay, rauf, rauf, rauf. Rauf, 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 rauf. Die sind low, die sind low. Sparkelle, die sind low. Hab ihn, hab ihn. Let's go! Hochi, hochi. Scam. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hab Winnie. Komm, Kuka. Kuka setzt. Ah, Predi, Predi, komm zurück. Let's go! Finale. Oh, ich hab aber auch viele Haare. Winnie, ich flechte deine Haare. Es geht los. Wir sind im Finale. 35.000 Autonier gerade. Die Map ist noch... Links hoch, links hoch, links hoch, oder? Ja, sieht doch aus... Alles gut. Ich komme, ich tusche, die tusche. Hab einen getroffen. Nein. Die sind gar echt split, ne? Wir haben mehr Damage gemacht. Wir haben jetzt schon mehr Damage gemacht, Jungs. Die sind super split, ne? Also von hinten kommen auch zwei. Ich brauche heal. Warte. Hugo, hast du heal? Nice, ja, ja, ja. Hugo, sieben Sekunden, haltet euch. Rennt einfach weg, rennt einfach weg. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hugo, sieben, drei Sekunden. Hugo, hast du heal. Fuck, wer ist da so laut auch von uns? Wichtiger, du musst reden, du musst reden. Ich bin in basefeeler. Nein, komm. Oh, oh, die sind drin. Oh, oh, die sind drin. Oh, hab dich gehealt. Let's go! Okay. Aber wir haben gesehen, was passiert, wenn jemand runterfällt. Jemand ist gestorben. Und dasselbe machen wir jetzt wieder chillen, Leute. Chillen wieder in base. Ich bin in base, los. Ich bin in base, los. Wichtiger, hab dich. Ich konnte nicht mehr. Halt mich nicht. Preet, lebt noch. Hab mal halbes, halbes, halbes. Bei mir steht null, deswegen dachte ich. Renn sechs Sekunden noch. Fuck. Ja, bei mir steht null. Ich dachte, du wärst tot. Scheiße. Ich brauch hier, ich brauch hier, ich brauch hier. Wichtiger, hab dich, hab dich. Oh, komm. Nice. Nice, nice, nice. Let's go. Okay. Wenn du einmal richtig reingehen möchtest, sag Bescheid. Hab dich falsch an. Wichtiger, wo bist du? Wichtiger, bist du tot? Wir werden sterben. Wir werden sterben. Hier sind wir drin. Hilfe, 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 Hilfe. Hab ihn? Ja. Wichtiger, sag doch Bescheid. Weiß machen, Alter. Ich hab nicht gewonnen. Ich war so weit weg, dass ich kein Problem mehr hatte. Abflin. Machst du gut, machst du gut. Abflin. Gämmen, gämmen, gämmen. Wenn ja. Abflin. Let's go! Finale! 3-0. Let's fucking go! It's very tough, really. Hey, ultim. Sehr gut. What? Ja? Haben wir die Deutschen 2 Trivals gewonnen? Ja. Ja, die Vorrunde. Ja, aber Deutsche meine ich jetzt. Ja, die Deutschen auf jeden Fall. Das meine ich ja. Das war so geil, das war so geil. Oh mein Gott, Alter. Ach ja, einer hier. Wer macht Interview? Das war so geil.